Ich bräuchte ne Kiste. Oder 20 Kisten. Ich stapel mich da einfach da hoch. Ich brauche ne Kiste. Kann ich dich als Kiste benutzen? Ja, besteige den Hammeritentypen. Oder ich muss einfach nur so lange gegen das Fass rennen, bis wir es da rüberschieben. Hallo, ich bin die Seah. Ich suche es. Kisten. Ah ja, Plattform. Ja. Ja, es ranzt an Steam. Mechanist. 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 Da kommst du jetzt an ihr Rand. Och, nö. Die Servant. Typen. Ja, ja. Flirt, flirt. Oder. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh no. Was ist das, wenn diese Hilfe euch niedergeschlagen wird? Da hat sie ihn einfach um den Finger gewickelt. Aber interessant, dieser Americanist hat ein anderes Design, als die wir in T2 der Metal Age kennen. Oder gehört er nicht zu ihnen, oder zu einer anderen Gruppierung? Zu einer anderen Sektion derselben Gruppierung, sagen wir das mal so. Jutnacht, Bursenjöls. Jutnacht. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Kiste. Bist du jemanden merken, wenn ich diese Engelstatue da oben abmontiere? Äh, Gesundheit? Hört ihr das? Ein Roboter! Ein Roboter! Juhu! Ticketing-Counter. All Patrons must remain on this side of the counter. Das heißt, darf ich noch in diesem Bereich bleiben? Also wenn ich dann da oben durchgehe... Die bin ich dann ab sofort auf der Most Wanted-Liste? Most Wanted-Liste, wie ich das anhört! Ich bin kein Intruder! Äh, verdammt. Genau, Speicheradstatt zu laden! Genius, Chicken! Genius! Ach, Chicken, 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 Chicken. Was macht er mit dir? Keine Ahnung, was mache ich denn mit uns? Öfter speichern, wenn ich die falschen Tasten drücke. Egal, wir haben ja nicht so viel verloren. Achso, das waren die Schmuggler! Okay. Gut zu wissen. Chicken versagt nacheinander, aber... Yo. Heute ist nicht mein Tag. Ey, dafür, dass ich 100% gesammelt habe, das war ja eigentlich in der letzten Aufnahmesession. Dann hören wir uns diese Konfession nochmal an, bis wir weglaufen. Ja, 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 bla, 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 bla. Also, Chicken, das lernen wir da raus. Das ist nicht wirklich sehr oft, immer noch. Naja, wesens ist mir noch nicht so was passiert wie Rappi. Ich komme jetzt in den Level mit den Magier-Dürmen. Wo auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, wie du niemanden töten darfst. Und einer der Feuermagier in der Lava ertrunken ist. Wie ist es, dass es mir noch nicht passiert, ja. Wenigstens etwas... Wobei, müsste ich das dann überhaupt dunkel machen? Ja, bla, 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 bla. Zum Gaspfall in die Runde werfen. Embarrassment! Ich lasse mich auch nicht von euch embarrassen, nämlich eure Konversation weiter lausche. Ich tauche hier einfach unter Wasser und tue so, als würde ich euch nicht hören. Weil Wasserschalldämpfend ist, anscheinend. Ah, seid ihr fertig? Sie ist aber fertig, um mit dir zu reden, ne? Interessiert sie nicht. Ihr wart doch nur auf der Suche nach einer Kiste und jetzt werde ich schon verhaftet. Ihr wollt nur eine Kiste. Todesstrafe. Aber gut, der attackiert mich auch. Und sich, ja, und Zeit. Chicken, unterlasse das Englisch. Aber du spielst doch auf Englisch, dann muss ich auch englische Wörter um mich herumwerfen. Ja, sowas wie Line of Work. Na, 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 na. Ah, ah, ah! Ich setze mich jetzt hier auf die Bank. Ich wusste, dass diese Typen böse sind. Sie sind böse. Jetzt komme ich an die Lauf. Was hast du gerade über mir gesagt, du meine Grippel-Lady? Und dann wickelt sie ihn wieder mit ihrem Scham und dem Finger. Und dann rutschen ihm seine Worte aus. Oh nein, ich bin nur ... passend durch. Vielleicht würde du eine kleine Firma? Ich könnte einen großen, starken Mechanismus nutzen, um mich zu der Anruf zu kommen. Du wirst nie wissen, welche Art von Schaundrel ist lurkig. Ach, heee. Ja, a woman's charm. Bist du sie gerade einen Hasen genannt? Willst du ihr jetzt danach einen richtigen Hasen zeigen? Aber dann macht das nicht on camera, ne? Zaya müsste ich sowas nicht sehen. Wissen wir eigentlich, wie alt sie ist? Anders gefragt, haben wir jemals das Alter von Garret erfahren? Wieso erfahren wir nie, wie alt unsere Charaktere sind? Egal welche Spiele. Wollt mich mal interessieren. Einfach nur das Interesse halber. So, Chicken. Und jetzt speicherst du erst mal richtig. Ja, noch ein Grund, warum ich immer auf verschiedene Speicherstände speichere, falls ich mich mal verspeichere. Wohl, kann ich, kann ich, kann ich. Wie ist da überhaupt was hinter, hat man so gefragt? Schade. Ob sie das merkt? Ich möchte eigentlich ja schon gucken, was denn da ein Dickenschalter ist. Aber eine andere Frage wäre zu klären, ob der Bereich mit den Treppenhoch zu dem Bereich zählt, wo ich nicht hin darf, oder ist damit nur die Zugplattform allgemein geneint und das dahinter ist nicht die Zugplattform? Ja, Restricted Area, wo sind denn diese Restricted Areas? Also rein theoretisch... Ich sehe da hinten keinen Zug, also dürfte ich da hinten noch lang dürfen. rein theoretisch, oder? Na, da war der andere Eingang. Der andere Eingang. Ich verstehe da, meine Eingang. Hm?